Und zurück zu Uncharted 4, einer weiteren Folge, der mittlerweile schon 39. Ich glaube, wir nähern uns schon so langsam dem Ende, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Die wollten jetzt den Schatz nicht weitersuchen, der würde ja anscheinend in dieser Richtung liegen. Aber ich füge mich mal der Gruppe und gehe da mal hinterher. Ich denke mir aber, dass wir trotzdem noch dahin gehen werden. Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier da. Da ist es. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Okay, vielleicht führt uns ja der Weg an den Berg vorbei. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fall. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Naja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Den Wagen vielleicht. Da könnte mir mal einer helfen. Hilf mir mal, Sam. Okay. Nee, geh doch die Treppen da hoch. Wie gehen wir über weiter hoch anstatt runter, irgendwie? Sieht jemand einen ausregen? Wie geht's denn nicht weiter? Wie geht's denn nicht weiter? Wie geht's denn nicht weiter? Kann man vielleicht von außen die Tür öffnen? Hey Leute, hier durch. Okay, nix. Aber wir sind eh schon da. Schaut euch das an. Das ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Kann man hier vielleicht hoch? Spring ran, da komm. Ach, scheiße. So geht es nicht. Warum fliegt man da hoch? Wie kommen wir denn jetzt hier? Warte, ich glaube, ich muss da rüber, oder? Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ja, das geht nicht. Wo komme ich da irgendwie rüber? Dann gehen wir. Äh. Äh. Äh, äh, äh. 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 Äh, äh, äh. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Ich habe die Idee. Na was denn? Super. Ich würde mir vorher auch mal sagen können. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest. Du springst rüber. Der lässt mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Na ja, vielleicht. Geschafft. Wir kommen. Okay, wir sind so weit. Das war ein Haufen Piraten. Ich bin ziemlich beeindruckt. Das ist nicht klar. Du solltest es hoch. Hör, hör. Alles klar bei euch? Ja. Die Reihen von der Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan. Du kletterst hoch und ich greif dich. Oh, Scheiße. Los, spring schnell. Oh, super. Oh, mein Gott. Sam. Oh, mein. Sam, komm schon. Komm, spring einfach. Ich fang dich. Na los. Nein. Nein, nein. Denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam. Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam. Sam. Oh, blöder Sturer. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Oh. Na komm. Sie, sie hat wahrscheinlich recht. Na klar hat sie das. Gehen wir. Und wieder hinterher. Das hätte man gleich gehen können, wenn wir den ganzen Schmani ersparen können. Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abwangen. Ich werde ihn retten. Dann haue ich ihm eine rein. Okay. Kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon. Ja, dann mach doch mal. Schieb. Moment. Okay, haben Bremse jetzt drin. Okay. Okay, siehst du? Das wird mich halten. Nate, los. Ich hab's. Los. Mist. Los. Los. Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate. Nein. Nicht ganz allein. Hör zu. Ich komm gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn's sein muss. Aber so oder so, ich hol ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Bergrand, wie's geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir. Du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. So, dann suchen wir meinen Bruder. Kapitel 21 Mein Bruders Hüter Meines Bruders Hüters Und wieder rein in den Dschungel. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam Spuren vielleicht? Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Nein. Nein. Oh, nein. Okay, rein in die Hülle. Mal zu dem guseligen Berg. Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Okay, der Weg geht da hoch. Ja. Okay. Okay. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Da oben will es schon weiter gehen, aber... Gibt es hier noch... Ah, da gibt es noch einen Kletterpfad. Komm schon, wo ist der? Ja, wenn man mal da rüberkommt. Wir müssen hier hin. springen wir mal hier hoch. Okay. Oh, der stirbt schon wieder. Oh, ey. Okay. Okay. Hier geht es ganz schön runter, ey. Okay. Wir sind gleich im Weg anscheinend gegangen wie ich. Na ja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Komm ich da rüber? Komm ich da nicht rüber? Ich probiere es dir auch mal. Scheißegal. Okay. Komm rüber. Was können wir hier rum? Nee. Hier können wir nicht rum. Wir müssen irgendwie jetzt hier hoch. Aber wie? Hier kommen wir nicht hoch. Ach, hier runter. Okay. Und da hin. Boah. Verdammt noch mal. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Hier. Was ist das? Spuren Okay, geh mal hier rein Wir haben doch bestimmt schon wieder gefangen genommen oder sowas Die Brücke sieht auch nicht gerade so So geil aus Hat er gewusst Komm hoch, komm, zieh, ey Zieh hoch Gut So, da werden wir Okay, Rutschpartie Okay, haut doch sehr gut hin Immer das gleiche Boah Okay Okay Kommen wir runter Okay, kommen wir runter Reine in die dunkle Höhle Wir haben ja leider keine Taschenlampe mehr Also die Batterie, ja Die Batterie Schauen wir nochmal hier Irgendwo was ist Irgendwie ein Schatz oder so Okay Steinvase Okay Oh mein Gott Ich muss da anscheinend so weit hoch wie es geht Hier ist aber nichts mehr Scheiße Ich muss hier rüber Oh, lecker Und genau das Loch reinsegeln da oder was Äh War ich hier schon? Okay, ich muss da runter jetzt Und dann gleich Den Haken setzen Ich kann das schaffen Oh, verdammt Oh Alter Schwäge Oh Oh Oh, Mist Boah Meine Fresse Ich weiß zwar nicht wie Aber ich hab's getan Oh, ich hab's getan Oh mein Gott, das ist Avery Schiff Okay Leute Wie es aber mit Avery Schiff dann weitergeht Würde ich sagen Schauen wir uns in der nächsten Folge an Bleibt dran Es ist grad super spannend Und ansonsten Wenn es euch gefallen hat Natürlich einen Daumen nach oben Oder auch ein Abo Und ansonsten Bis zur nächsten Folge Servus Euer Ich weiß nicht wie